Lässt Betty Taube-Günther das Modeln für die Freiheit über den Wolken sausen? Im Jahr 2014 war die heute 23-jährige Kandidatin in der 9. Staffel von Germany's Next Topmodel. Seitdem hat das Model eine beeindruckende Karriere hingelegt, doch wie sie immer wieder betont und zeigt, hat sie eine ganz andere Leidenschaft. Das Fliegen! Daher steckt Betty mitten in der Ausbildung zur Pilotin. Heißt das, sie hängt ihre Karriere als Model schon bald an den Nagel? Modeln ist kein Job für die Ewigkeit. Momentan kann ich mir aber auch nicht vorstellen, damit aufzuhören. Vielleicht lässt sich ja beides verbinden und ich fliege zu meinem nächsten Job, erklärte das Model der Maxi zu dem Thema. Tja, Fans müssen also vorerst nicht auf Betty Taube-Günther auf den Laufstegen verzichten.